ja hallo liebe leute ich habe es euch ja schon in meinem auto angekündigt wir machen jetzt die videos die ich so grottig schlecht aufgenommen hatte die ihr aber so lieb alle mit daniels high equipment und seiner schneidetechnik neu alle versprecher sind draußen es gibt keine ms mehr die sind alle draußen dann das schneiden wir alles so wir fangen mal an mit basics ich versuche ja immer anhand meiner kurse die ich so gebe die basics quasi ja immer immer erfolgsorientierte anzupassen ich bleibe nicht im gleichen level so wir fangen mal an mit diesen fünf übungen die dich ja zu einem besseren mountainbiker machen und zwar weißt du wo vor der haustür jetzt sagst du ja ich will aber doch park fahren ich will springen so da da muss ich doch fahren damit ich besser werde kleines beispiel aus der musik wenn man jetzt gitarre lernt wird man beim liederspielen schon besser aber viel besser ist es wenn man zu hause fingerübungen mit der gitarre macht das schult die hände das heißt das ist beim mountainbiking genauso diese übungen die wir uns für euch heute zeigen kann jeder vor der haustür machen bei einem toleranten partner zu hause sogar im haus rein theoretisch deswegen fangen wir jetzt mal an so punkt eins von den fünf sachen ist grundposition wir aktivieren uns vertikal im bike nicht in der schieven ebene so dafür gehe ich jetzt auf diesen horrorbock den ja schon einige von euch die schon mal live bei mir waren aus den kursen kennen und holen uns das fahrrad erst mal mit der hüfte hoch grundposition giraffe und jetzt das was ich inzwischen anders mache ich habe gemerkt viele aktivieren sich dann irgendwie hier wenn sie dann an den gorilla denken irgendwie so und dann geht der rücken so runter weiß nicht ob ihr das sehen könnt von der seite glaube ich dann geht der rücken so runter die knie machen fast gar nichts und der rücken geht so runter der nacken wird steif auf der abfahrt weil man ihn so hoch machen muss deswegen sage ich jetzt der gorilla sollte funktionieren über eine kniebeuge ich mache eine kniebeuge halte mich fest am lenker und dann aktiviere ich mich wie ihr jetzt seht bleibt mein schwerpunkt und der rücken einfach gerade wenn man sich mal voll aktivieren muss für eine starke senke dann geht man natürlich auch noch vorne runter dann bis hier das geht ja alles also grundposition giraffe gorilla und spinne und wenn man normalen modus ist einfach nur noch hier bis in den gorilla über die kniebeuge nimmt die kniebeuge als metapher aktiviert euch darüber das könnte auch zu hause auf der straße üben ich habe das jetzt in den bock gemacht weil dann kann man das so cool zeigen aber das kann man ja normal auch beim rollen machen gleich zur übung 2 punkt 2 bremsen wer kennt das nicht so jetzt hand aufs herz leute das bremsen ist einer der schwierigsten moves und wenn wir ganz ehrlich sind wie oft üben wir bremsen fast gar nicht das heißt mein zweiter meine zweite übung für euch zu hause ist das bremsen weil beim bremsen habt ihr eigentlich einen ähnlichen energiefluss wie bei der landung beim springen das problem ist beim bremsen und deswegen sollte man das unbedingt üben ist eine der wenigen situationen wo wir unser fahrrad sehr abrupt zum stehen kriegen und unser körper durch die schwerkraft der masse ja eigentlich nach vorne über den lenker katapultiert wird was kann ich jetzt tun was ist da wichtig erst mal die grundposition beim bremsen und warum gehe ich nicht nach hinten wie es viele machen ich zeige euch kurz den wichtigsten ich bin ja immer für wenige bewegungen der wichtigste move beim bremsen ist die hängende ferse achtung fehler hängende ferse ist bei vielen mountainbikern leider das hier das ist nicht hängende ferse das ist nach hinten gehen mit der hüfte und ich schiebe das rad dann doch wieder nur nach vorne und stämmig beim bremsen dagegen hängende ferse heißt auch wirklich nur die ferse runter hier das hier dadurch dass die ferse unten ist können wir jetzt nicht mehr hier über den lenker gehen sondern durch die biomechanische sperre kann das knie nicht mehr vorbei am fußgelenk und die hüfte nicht mehr vorbei und der druck geht jetzt wenn wir in den gorilla gehen wohin in die gabel vorne rein und da kann er die an den reifen weitergeben und dadurch bleiben wir besser stehen das heißt wir müssen immer im bike davon reden wie baue ich druck auf ich stürze immer wenn ich keinen druck im bike habe sowohl vorne oder hinten und wir müssen lernen den druck verteilt im rad quasi aufzunehmen ich werde das jetzt mal einmal hier zeigen und das zweite was man noch machen kann damit man es aktiv bekämpft dass man so nach vorne geschleudert wird lenkt man bewusst die kraft ins fahrwerk das heißt ich gehe beim bremsen runter in den gorilla über die kniebeuge und noch mehr druck auf das rad auf ich mache es mal eben vor so ihr habt gesehen auf dem extra grip schotter den wir hier hingekippt haben komme ich so krass zum stehen dass sogar das hinterrad kurz hoch geht so viel druck habe ich einfach vorne auf dem rad also mein zweiter tipp das macht ihr natürlich nicht direkt auf schotter sondern auf asphalt da könnt ihr auch die kraft linie viel besser spüren also zweiter tipp bremsen zwar muss die äußerst wichtig sind in eurem mountain biking auf alle fälle noch mal um einiges besser machen können das ist der vorderrad impuls und der hinterrad impuls ich trenne das ich nenne es extra auch nicht bei die haupt zeug und so weil ich da nichts von halte weil die haupt sind für mich auch was für fortgeschrittene weil das eine sehr komplizierte sprung technik ist natürlich nachher irgendwann mal die einzig wahre aktiv sprung technik weil man dann eine wellenförmige bewegung mit hinter vorder und hinterrad macht ist einfach sehr schön zum springen aber wir brauchen sie ja erst mal im alltag so was ist der vorderrad impuls der vorderrad impuls ist quasi als metapher ihr stellt euch hin geht dann schön guckt geradeaus geht schön in die kniebeuge und jetzt schiebt ihr das rad unter euch nach vorne bis die arme zu ende sind ganz wichtig sonst greift die trägheit der masse nicht also nicht irgendwie sowas hier machen sondern einfach die arme nach vorne schieben das übte ein paar mal bis wirklich die arme zu ende sind der vorteil ist ihr setzt euer fahrrad nach vorne in bewegung weil ihr wollt ja auch nach vorne fahren und durch die trägheit der masse wenn die arme zu ende sind kommt das vorderrad dann sogar hoch und wird entlastet viele verwenden diese technik zum beispiel beim droppen wo sie sehr gut ist was ist der große vorteil an dieser technik gegenüber zum beispiel hier irgendwie reißen oder rebound hopp geht ja auch der große vorteil der technik ist dass ich zwei parameter habe die ich unglaublich präzise einstellen kann einmal über meine vorspannung ja man achtet darauf ich spanne mich jetzt nur ein bisschen vor dann kann ich auch nur so viel impuls setzen wenn jetzt auf einmal eine geländestufe kommt spanne ich mich volle kanne vor in die spinne und kann 60 zentimeter mein rad nach vorne schieben was dabei wichtig ist egal wie viel ich schiebe achtet auf meinen rücken der rücken bewegt sich nicht mit es bewegen sich tatsächlich nur die arme es gibt ganz viele mountainbiker die haben das problem wenn ich die das fünf mal machen lasse das ungefähr mal so aus kommen immer weiter mit dem rücken runter weil sie nämlich den rücken mitmachen lassen der rücken bleibt die ganze zeit in der vertikale entspannt er wird nicht nach vorne gesetzt so das zweite parameter was ich einstellen kann wenn ich jetzt merke ich habe mich eigentlich zu wenig vorgespannt habe nur so wenig weg kann ich über die explosivität noch einstellen das heißt ich kann entweder so machen das ist ganz wenig impuls oder ich kann so machen dann ist der impuls sehr sehr stark auch das kann ich sehr gut mit meinen armen einstellen viel leichter wie jede andere form vom vorderrad impuls zum üben hilft es wenn ihr euch auf irgendein brett oder irgendwas auf den boden legt wie ich jetzt hier den klaus verwandter vom klaus ist der jürgen klaus jürgen zeigen den impuls einmal man braucht wirklich gar nicht so viel kraft dafür und deswegen ist auch so schön weil man halt quasi gar keine kraft braucht weil man sich die physik zu nutzen macht wenn jetzt zum beispiel angst ob euer vorderrad tut im wurzelteppich wegrutschen wenn ihr mit 30 sachen unterwegs seid ihr macht einmal kurz den vorderrad impuls ist euer rad sofort zwei meter weiter und ihr habt die gefahrensituation mit ein bisschen glück komplett überstanden ohne halt zu stürzen das würde ich euch raten zu üben diesen impuls der vorderrad impuls den kann auch auf der straße üben dann zum beispiel an der bürgerstärkante dass man da erstmal runter fährt und erstmal den impuls so setzt dass beide räder gleich landet dann setzt man den impuls so dass man extra vorne oder hinten landet das kann man den kann man so stark setzen der wahnsinn nachher in folge videos die noch entstehen werden wenn wir euch diesen impuls auch wieder rausholen deswegen sollte er so im unterbewusstsein sitzen für das aktive springen jetzt haben wir den vorderrad impuls geübt jetzt üben wir noch den hinterrad impuls bei dem hinterrad impuls üben wir das ganze mit zwei übungen gekoppelt die erste übung die wir machen ist wir holen unser rad schön im gorilla mit der vorderrad bremse hinten hoch jetzt versuchen wir das rad neben uns her zu schieben ohne dass das hinten auf dem boden fällt und ohne dass uns das rad berührt das heißt wir holen das rad hier hoch und dann schieben wir das rad so dass es halt nicht auf den boden kommt man kann dabei auch noch um die ecke gehen auf losem schotter wie ihr hier seht ist das noch mal ein bisschen nummer schwerer übt es erstmal zu hause auf dem asphalt wenn das sitzt dass ihr das rad so halt die ganze zeit neben euch her schieben könnt ohne dass es euch berührt dann kommen wir zu dem zweiten teil dieser übung das ist der sehr sehr komplizierte hinterrad impuls sowie der vorderer einem teller wegschieben ähnelt am esstisch teller wegschieben und teller wieder zurückziehen weil das zurückziehen gehört ja bei einem impuls immer dazu so ist der hinterrad impuls dass einfach nur von einem stuhl am tisch aufstehen mehr nicht das heißt hinterrad impuls wenn ich ja vorne das rad durchgeschoben habe bin ich ja hinten leicht gekauert und dann stehe ich hinten eigentlich tatsächlich nur auf beim springen reicht das schon wenn man die bewegung tatsächlich manchmal sogar so statisch macht auf der straße wo ihr das jetzt übt versucht ihr das natürlich immer explosiver zu machen und dann kann man irgendwann selbst zu einem trägen downhiller nur mit aufstehen also ohne beine anziehen etc kann man dann so ein downhiller wenn auch diese übung setzt dann dürft ihr das leichte bremsenschleifen mit dem aufstehen kombinieren das sieht dann so aus das rad wird sofort schwere los und es entsteht ein ich glaube es heißt eigentlich endo stopp ich nenn es immer nosi aber aus dieser übung heraus kann man dann nachher versuchen mit der schleifen bremse mal kurz rollen zu lassen das ist im gelände total cool weil man dann so auch leicht verwinkelte kurven mit stein oder so total sicher durch rollen kann auf dem vorderrad und man bekommt gleichzeitig wenn man das viel übt zu hause vor der haustür bekommt man die angst vom nosi weg weil man halt einfach mal ein bisschen mehr auf seinem vorderrad arbeitet gut gleich kommt noch der mega tipp und dann seid ihr schon erlebt so die schwierigste übung ist wenn euer fahrrad erst mal alleine eine runde trackstand macht so nein scherz beiseite so mein super tipp wo man zu hause was man wirklich da muss keine ausrede für gibt das echt nicht mal einen monat lang jeden tag fünf minuten durchzuziehen bewusst trackstand üben auf deutsch auf der stelle stehen warum erkläre ich gleich und ich erkläre euch auch wie man es halt step by step macht so ihr geht erst mal aufs bike rollt ruhig erst mal langsam sucht euch erst mal was wo ihr das bike anlehnen könnt so wenn ihr da dann einigermaßen sicher seid versucht ihr das rad immer öfter weg zu nehmen von der wand so wenn ihr den trackstand generell dann drauf habt dann könnt ihr dann wenn ihr das gleichgewicht habt auch mal zum beispiel einfach eine hand wegnehmen oder ein fuß wegnehmen was ihr wollt warum ist der trackstand so wichtig weil neben dem gleichgewicht was ihr trainiert ist es so dass in eurem unterbewusstsein diese position als home base abgespeichert wird und keiner geht beim trackstand zum beispiel freiwillig nach hinten weil da kann man das gleichgewicht einfach nicht halten deswegen ist das quasi der tipp das ist wirklich die must have übung die anderen sind auch nice aber diese übung muss einfach sein da werde ich ein besserer boundenbiker durch auch wenn man das sich selber gar nicht vorstellen kann aber es ist tatsächlich so kleiner tipp wer keinen bock hat das alleine zu üben mit kumpels einfach zwei strecken abstecken fünf meter lang zwei bahnen mit kreide oder mit seilen und snail race machen wer als letzter ankommt hat gewonnen man darf keinen fuß absetzen und man darf halt nicht pedallieren rückwärts trampeln irgendwas sondern man muss wirklich das gleichgewicht halten cooles spiel jetzt noch on top oben drauf der mega tipp man hört es immer wieder in zig videos so sätze wie guck am kurvenanfang zur kurvenende guck zum nächsten obstacle guck dahin macht dies macht das so körper rotierender blick das machen wir auch noch mal in einem extra video mit der auch für kurventechnik also es wird noch ganz viel kommen jetzt auf seinem kanal hier mit mir ich habe da ganz viele ideen halt um euch im alltag zu zeigen so werde ich ein besserer mountainbiker mein tipp diese ganzen sätze mit dem gucken kann man auf einen satz reduzieren guck einfach dahin wo du hin willst nirgendwo anders hin du musst da wo du gerade bist nicht checken weil das kannst du sowieso nicht mehr ändern aber du kannst ändern wie es weitergeht also guck auch dahin wo es weitergeht viele stürze passieren nur weil wir genau dahin gucken wo wir denken dass wir stürzen viele die im anlieger rausrutschen und sich da eine rippe brechen haben vorher zur außenkante vom anlieger geguckt und sind auch genau da rausgefahren guckt dahin wo ihr hinfahren wollt mein profi tipp der euch zu einem besseren mountainbiker macht das war es jetzt erstmal von mir es folgt hier noch ganz viel ich hoffe es gefällt euch und danke natürlich an den daniel dass er sich die zeit nimmt hier die videos mit mir noch mal in guter qualität aufzunehmen ciao euer thomas von free and white